Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu It Takes Two mit BouncinEcki. Wenn ihr auf seiner Kanäle gucken wollt, dann geht man in den Videobeschreiben vorbei und er dreht durch. So, wir müssen den Turm kaputt machen, Freunde. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, dann... Was ist? Ich hab bloß hallo gesagt. Ich hab bloß geschrien gerade und nicht hallo gesagt. Achso, ich dachte, das wäre dir begrüßt. Nein, wir müssen jetzt den Turm kaputt machen. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich spreche, dann guckt mal in die Playlist rein, weil da ist die letzte Folge auch drin. Ja, der hat ja schon ein bissl was tun. Ja, ich hab ja die von... Ich komm mit. I'm so excited. Okay. Ja, nice. Das sind so Holzplatten, oder? So Spanplatten, irgendwie. FPY, meine Freunde. Die Frage ist, was, ne? Obwohl, nein, FPY ist das nicht. Sieht so, wie können wir sie in schlafen. Die Frage ist, was, ne? Ich nicht. Okay, das bringt uns nichts. Lass uns erstmal weiterschauen. Kriegen wir irgendwo ein Zeichen? Vielleicht braucht man die richtige Reihenfolge. Ah! Ah! Ein Schuss! Es ist nur eine Skulptur. Creepy als hell. Ah! Okay. Ah, schau, das ist so. Ich glaube, ich muss das jetzt sagen, gut es sei. Wahrscheinlich. So. Okay, pass auf. Die Bienen ist eins. Vielleicht muss man da einmal drauf tippen, weißt du schon? Okay. Genau, das ist gerade passiert. So, und jetzt gehst du auf den Vogel und da musst du zweimal drauf tippen. Neunmal. Gut. Jetzt musst du auf die Katze. Äh, viermal. Bravo. Ja, okay. Dann mach mal einen Hund. Siebenmal. Was? Ja, vielleicht klang da ein Ohr, weißt du. Vielleicht muss du so in der richtigen Reihenfolge gehen. Sieben. Gut. Dann an Moen fünfmal. Ich glaube. Ich glaube, ich glaube, dass du das Ohrmeld machen musst. Ich muss doch jetzt nicht neunmal die Sonne. Ja, nein, ich glaube es da nicht. Ich glaube, das muss man einfach uns noch, oder? Vielleicht muss man doch noch Stunden gehen. Also eins ist die Biene. Auch gut. Auch gut, ne? So, dann kommt der Vogel. Dann kommt die Katze. Dann kommt der Mond. Dann kommt der Hund. Und dann die Sonne. Weil jetzt bimmelt er. Ja, easy. Ja, easy. So, jetzt warte mal. Du bist da hinten. Vielleicht cool jetzt da aufmachen. Oh, hier ist noch ein besonderer Weg, ne? Ja, anscheinend. Hier hört was besonderes. Hallo. Oh, fancy seeing you again. Well, I thought I need time. Das ist besonders nervig. Tischkantegehäuseleiste. Der Schwarm bricht aus und sagt Hurtz. Let's go. Oh, okay. Das war auch nicht so. Das ist sowas, liebe Kinder, nennen wir ein Kamikaze. Okay, das ist der Schluss. Schaut auf jeden Fall in die Playlist, das ist drin von uns beiden. Ah, weiß ich nicht, ich hab mich echt schlecht gefühlt. Ich bin wirklich so, mir haben die dann ja so entlang schleifen müssen, ne, so zum Abgrund. Und das haben wir mit einer Hand machen können und ich bin mit der anderen Hände, ich hab einfach bloß meinen Kopf gehalten und so, na man, na man. Okay, du musst wieder hochgehen, oder? Das war echt schlimm. Äh, ja, Prinzessin, klar, natürlich, andere laufen einfach die Treppe und du kriegst ein Aufzug. Ja, machst du schon wieder. Ich jamba gleich. Mit dem Jammer Spar-Abo. So, was jetzt? Was? Wo? Wie? Keine Ahnung, ich hab das noch gesehen. Ich glaub mir, müssen wir das auch machen. Ah, okay, das geht wieder zurück, what? Oh, ich hab nicht gewusst, dass das zurückgeht. Bleib einfach so, genau. Nützer. Nice. Oh, oh. Nicht so nice. Wie fahrt ein König. Wie fahrt ein König. Fine. Ladies first. Oh, such a gentleman. Ha, Emanzipation? So ist das halt. Ah! Hihihihi. Ah! May! May, ist das Wald moving? Yes! Run! Gibt das hier eine neue Presse? 3PO! 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 Thomas, 3PO! Ähm. Kann man hier hoch? Kann man nicht. Ähm. Boah, schwierig, Digga. Ich weiß ich nicht. Ähm. Ich fühl mich ja gar nicht unwohl. Wollen wir gerade hart zermatscht? Ja, irgendwie schon. Ah, warte mal! Gaua, ja! Ey, du bist super smart, ey. Ich bin super smart, ey. Ich dachte, wir würden es nicht machen. Almost! Ah! Ich dachte, wir wären fertig. Und wir haben es geschafft! Oh, so weit haben wir es geschafft. Ja. Ja. Du kluger kleiner Bastard. Ah, jetzt zängen wir mal auf. Jetzt lasst man los und dann so. Didi 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 didi. Äh. Okay. Was passiert jetzt? Gibt es denn die oder stinken die? Beides. Uh, uh, uh. Side-Scroller. Boah, das schaut gut aus. Boah, das schaut gut aus. Boah, da. Das sieht ja mega gut aus. Boah, da. Ich bin jetzt sicher, ob ich in einer Richtung gedruckt lassen soll oder ob ich gekreiselt soll. Ich hab gekreiselt. Ja, ich hab jetzt auch noch gekreiselt. Oh Gott. Was ist denn das? Boah. Ja. Das ist Odins. Odin, Alter. Odin, Alter. Odin, so. Odin! Boah, das sieht ja super geil aus. Oh mein Gott. Das ist brutal, ja? Das ist ein großer Schlüssel, Mann. Echt? Was spiel ich eigentlich für den Deppen? Ziemlich lehmig. Wie? 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 Wie gut sieht das aus, bitte. Ja, wir brauchen Keys. Keys? Guck mal, ich hab da so eine Idee. Ich glaub, wir müssten da genau springen. Du links, die rechts. Und let's go. Man möchte brechen. Oha. Okay, das ist ziemlich cool. Oha. Oha. Nein, 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 nein. Da warten wir nur kurz. Okay, jetzt. Nice. Oh Gott. Ah, der verschiebt's mit Optik. Was? Arschbombe! Arschbombe! Arschbombe ins Erde! Sehr schön. Okay. Sehr schön. Ah, das musst du wieder mit der Zeit was machen oder? Ah, okay, okay. Okay. Dann lassen wir uns zurück. Ah, die Frage ist jetzt nur, ich muss glaube ich jetzt nur mit zurück machen. Klon. Ah, Klon. Gute. Guter Mann. Guter Mann. Okay. Ja, ist schon alles wieder ziemlich geil, ne? Ja, schon. Ziemlich cool eigentlich. Okay. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, weil mich echt mal interessiert, so wie lange das Spiel noch geht. Das geht für echt nur eine Zeit, ne? Finde ich ziemlich geil. Also ich habe mich zwar nicht spoilern lassen, aber so einfach bloß mal so, wie viel Level so ungefähr noch kommen, oder? Das finde ich ziemlich cool. Geht schon mal. Dauert schon ein bisschen. Also. Okay, du meinst nur mit zurück. Ja, sehr schön. Jetzt. Okay, jetzt pass auf. Ah, mhm, mhm, mach nur mal runter. Genau. Ihr macht da oben mal einen Klon. Ja, oah. Ja, klar. So. Also, das ist ja, die haben das ja, das ist wie bei Way Out, die haben das ja einfach hundertprozentig darauf konzipiert, dass du das zu zweit spielen musst, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Und da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, was Rätsel und so angeht. Voll. Und das ist aber auch cool. Also, ich mag ja auch, das sind genauso Co-op-Games, wie wie ich ja super finde. Weil man halt auch zusammen, aber man muss nicht nur nebeneinander herlaufen und gemeinsam was erleben, sondern wirklich zusammenarbeiten. So, okay, pass auf, ich geh jetzt weiter. Ich glaube, ich muss jetzt, ich muss jetzt auf diese Rolle drauf, oder? Ah, warte. Okay, stopp. Okay, kannst du die Zeit ganz langsam zurücklassen? Siehst du das, nehme ich? Okay, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja. Ganz ehrlich, nur für dich. Danke, danke. Ich liebe dir. Ich küsse deine Augen. Sehr schön. Ah, ist das cool. Okay, wir haben einen Keyhammer. Sonst kommen wir jetzt wieder zurück. Ah, das war jetzt cool. Hab ich dir. Hierdi. Ziemlich nice. Okay. Äh, okay, zwei Schlüssel braucht man anscheinend. Die wir gleich mal, oder? Ah, okay. Ah, mehr geht noch nicht, ne? Nein, geht noch nicht mehr. Müssen wir wahrscheinlich erst drehen. Boah. Wir müssten erst mit dem anderen Schlüssel wahrscheinlich die Figur drehen, dass der da da ein Ei schnappen kann. Ah, hier ist das Schlüsselloch. Ja. Ja. Das heißt, wir müssten wir... Hilfe, 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 Hilfe. Ach, du bist jetzt so reingefallen? Hi. Okay, hi. Na dann. Die Sonne weiter. Boah. So wie die falsche Tasten drückt. Oh Gott. Oh Gott. Was ist das? Oh Gott. Keine gute Idee. Eine gute Idee. Okay, kannst du so machen. Ähm. Hier. Schau mal. Hier. Schau mal. Da drin, oder? Ja, ja. Ich muss mal hier eben... Ah, okay. Ja. Das Problem ist, nur wenn ich jetzt da raufgehe... Du musst beim richtigen Moment sagen, wenn du dir das wieder zurück schickst, oder? Ja. Warte mal. Warte mal. Machen wir hier aus. Ah, okay. Dann muss ich einfach springen. Okay. Du sagst so, wann ich springen soll. Warte mal. Na. Okay, aber war schon richtig. Aber haben wir ein bisschen zu hektisch, oder? Oh. Oh ja. Schleck mir auch. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Okay. Okay, ist gar kein Problem, ist gar kein Problem. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay. Warte, ich bin gleich rüber. Und whoops. Sehr schön. Easy. So, und jetzt müssen wir doch... Abfeuern, ne? Feuer frei. Bang, bang. So. Ich losle, ne? Das ist der Schlüssel. Oh, look, keys. Geht nicht. Was kannst du damit nur machen? Ne. Ah. Abgeschnitten. Ah, jetzt kannst du das auch mal, oder? Ah. Kein Problem. Mach nur mehr auf. Sehr schön. Ah. Easy. Lol. Ah, aber wie kommen wir jetzt wieder raus? Ähm. Oh, wow. Okay. So, wie du reingekommen bist. Nice. Okay. Na dann. Na, drehen wir ja mal. Ah. Meister Odins Sohn. Dreh dich, Odin, dreh dich im Kreise herum. Da, Odin. Ja. Na? Nett. Jo. Hahaha. Gar nicht übertrieben. Das ist aber cool. Das ist schon cool. Ach, klar. Jetzt hat doch mal ein Stier, weißt du. Einmal heu Susanne, ne? Bescheiden, wie man das kennt. Was ist das? Ich weiß nicht, was ist das hier? Ich weiß nicht, was ist das hier? Das musst du irgendwie. Das musst du irgendwie? Ah. Autsch. Nur mal. Mal. Ich muss mich kurz heilen. Mach dein Klon irgendwo hin. Mach dein Klon irgendwo hin. Mach dein Klon irgendwo hin. Jetzt stell dich auf die Platte. Und wenn er dann auf dich zu rennt, dann switchst du weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ähm. also genau sehr gut was fast sehr gut so das soll ich mache jetzt hier ok zumachen das ist auch schnell unterwegs schon Okay, I'm ready. Ah, fuck. Okay, 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 okay. Er ist sauer. Er ist richtig sauer. Das ist falsch. Ja, der muss erst... Boah. Der muss erst dahinter, guck mal. Der muss erst dahinter. Oh Gott. Du musst erst dahinter zu mir. So. Komm her. So. Machst du mir auf? Ja. Ja. Oh, es wird scharfen. Okay, du musstest ihn kurz, glaube ich, aber auch entfernen mit, oder? Das sollte es getan haben. Er sieht wirklich angst. Jetzt komm her, mein Freund. Oh, komm her. Komm her. Okay. Oh, fuck. Was ist zu weit? Ja. Okay. Nice, 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 nice. Okay, der war hart. Aber gut. War sehr gut. Oh, ruck, 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 ruck. Oh, jeder. Es ist unten. Ein FPS. Das war ein schwerer. Oh, ich bin verabschiedet. Oh, lol. Oh, mein Gott. Come on. Schon wieder so eine Idee, wo ich sage, wie geil seid ihr eigentlich? Und die anderen so, ja. Wut, 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 wut. Okay. Komm schon. Komm mal, warte mal, warte mal. Ah. Komm mal. What are you doing there? Ja, auf mir wird schlecht. Oh, der darf jetzt nicht reinspringen, aber das ist ein Glas. Äh. Du musst da rein, du musst da rein, du musst da rein. Ja, sicher. Loll. Ich habe gedacht, ich gehe zu. Ich habe gedacht, es geht nach oben oder so. Ja, habe ich auch gedacht, so zugehe und dann sitze ich. Oh, 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 oh. Oh. Hä, was ist das jetzt? Voll nicht gefährlich. Ich wohne. Da muss irgendwas machen. Aber das Spiel haben wir es nicht übersingen oder so, ne? Na. Okay, warte mal Du musst jetzt immer hin und her Boah, das wird krass Okay, wir müssen mal den Rhythmus finden Ja Okay, das ist krass Das ist auch ein bisschen saggy, kann das sein Na Warte mal, los mal Und los Okay, doch ne Und los, um nix zu passieren Okay, pass auf Bist du weit? Ja Luss 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 Geil Oh boy Es war hart Okay, jetzt pass auf Ich muss mal schauen Ich schwitze schon Da gibt es was schon mal Urstgesicht Ähm Kann ich mich jetzt selber hier drauf stellen Ja wahrscheinlich Nice Machst drüber und machst ein Clone Ah, gute Idee Jetzt kommst du zurück Gute Idee Ja Lauf rüber Geil, Alter Wie du lachst Okay Hast du ein Problem damit wie ich laufe? Ja, ich glaube ich müsste bespringen Okay, okay, okay. Der Uhrensohn. Willkommen bei Pummelparty. Ja, echt, ne? Bleiben wir da ein bisschen so. Ja, das ist über. Der ätzend. Boah, der wechselt halt einfach die ganze Zeit. So ein Arsch. Andere Richtung. Andere Richtung. Schleich dich, du grützi. Fickst du. Wohoho. Ja, jetzt dreht halt alle mal durch. Oh. Nein. Die muss überleben, oder? Besser wäre das. Boah, ja. Boah, Perspektive. Boah, Kamera. Oh Gott. Aber cool. Ja, das war nice. Der Abschnitt gefällt mir sehr, muss ich sagen. Ja. Am Anfang war es so ein bisschen so komplizierter immer mit diesen Fähigkeiten, aber jetzt geht's eigentlich. Hier, die Trampolinuhren, ihr kennt sie nicht. Hab ich auch daheim. Nur in so ganz kleinen. Ich hab nur Trampolinuhren daheim. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ausschaut, aber, ne? Ich weiß gar nicht, wie das anders geht. Ja. Wenn die Kiriefe, die keine Trampolinuhr haben, dann weiß ich's auch nicht. Also, sorry, ey. Muss man sich schon mal leisten. Ja, schon, ey. Gönnung, ja? Gönn ihr mir ein Blümchen. Oh Gott. Mit Angst, dass ich einfach mal ein komplettes Leere springe. Oh, shit. Boah. Wo müssen wir hin? Boah, ich kotze. Wow. Ah, okay. Das heißt, da muss ich jetzt schnell warten. Komm ins Licht. Ah. Was macht er da? Ah. Junge, frau. Tod. Tod. Tod, Tod, Tod. Immer nur Tod. Nee, der ganze Scheiß sind wir dran. Jetzt hat's. Puh. Juhu. Sehr gut. Alter. Buh. 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 He, Chewbacca warst du? Frrrrrrrrrrr! Frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Wow! Was war das? Nein, ich will nicht wissen. Die Beine. Ich will einfach raus. Das war ein Heide! Es ist zu früh für das. Heide! Ah, das sieht so geil aus! Wow! Oh, wassup? Oh, wassup? Denkst du lecker. Das ist eine ganz tolle Idee, jetzt an den Pummel zu hängen, also. Ich hab nichts loszulassen. Was der? Oh Gott, von unten, von unten, von unten. Oh Gott, ich glaub' wir müssen einfach nur draufbleiben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Richtig gut! Mal wieder sind wir aus realen estate! Wir versuchen nicht zu schlafen! Wie können wir es stoppen? Ich bin voll am Arsch. Ah, wir müssen zum Arsch, ey! Pfff! Das heißt, wirklich, wenn die Maeve ist. WTF? Pfff! 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 Ich hab's geschafft! Pfff! 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 Mein Gongschlag war jetzt ein Uhr. Pfff! 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 Pff! Also, ich hab noch nie was von Doktor Who gesehen, aber… So stellen wir Doktor Who vor. Pff! 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 Oh! Oh, oh, oh! Ja, genau! Ja, sicher! Oh Gott! Alter! Oh! Woh, oh, oh! Alter! Woh, oh, oh! Alter! Is fucking kidding me! Oh! Wenn ich sowas hasse! Ja, Freakers! Oh nein! Oh nein! Nein. Oh. Ähm, okay. Ist es over? Alter. Was will uns das Spiel sagen? Die Zeit ist sauer auf uns? Oh Gott. Was ist das, Mann? Was machen wir jetzt? Vielleicht ist es unser Weg raus. Oh. Oh. Shit. Gott. Nein, es wird nicht. Bumm. Hahahaha. Klo- What? I'm thinking, I'm thinking. Faster, please. Voll übertrieben. Hahaha. So, 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 so. Hahaha. Ah, ihr kennt's aus, Maja. Schau mal, wie es das aushält. Wumm, 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 wumm. Hahaha. Hahaha. Was? Was? Siehst du das gleiche, was ich sehe? Ja, ja. Oh love. piggy moreδkeit bei mir ich sehe. Ach. Nein. Nein. Aber ich liebe's mal, die Ku strongly ruft, hat man in smellchen. Alter. Das, was, was? ouais. Das, was weiß ich jetzt. Huch. weldingraits Lopez 1 – Was? Gott, wir haben immer die ganzen Dinge. Wir sollten dann eigentlich immer in die gleiche Richtung laufen. Das war gescheit. Das ist, was ich meine. Sonst haben wir immer mehr Leute. Jetzt macht er da oben und dann war's er. Oh mein Gott. Du Uhrenturm. Alles chillig, aber ich hoffe. Ich hab keine 60 FPS mehr. Oh Gott. Oh Gott. Machst du das? Ja. Okay. Okay. Bring ihn drauf. Guck dich mal ein bisschen oben. Da. Wo? Neben dir. Achso. Tschau. Servus. Like ice in the sunshine. Warum draht sich der einfach die Kamera immer weg? Da habe ich ja überhaupt keine Übersicht mehr. Da draht sich der immer weg. Ich mach das nicht einmal. Ja. Oh Gott. Ich glaube, ich muss aber auch da hinten rauf. Okay, pass auf. So vielleicht. Also, probier es mal. Ja, oder? Nein, ich muss schon da rauf, oder? Ja, warte. Oh. Ich will sie wieder zurück. Boah, das geht gar nicht. Alter, das ist so. Okay. Ja, ne? Wo ist denn, wo ist das? Okay. Wo ist denn, wo ist das? Moin mal weiter? Hallo? Hallo? Ist der Door ab? Ich höre Ecki nicht mehr. Woher ist mir denn immer? Jetzt höre ich dich. Hallo? Jetzt soll ich dir umschockt. Komm mal weiter. Okay. Hey Ecki, guck mal auf die Uhr. Ja, ich weiß schon. Will man es lassen? Ja. Guck mal auf die Uhr. Die Zeit. Wollst du schon? Die Zeit spielt uns an Streich und eigentlich auch die Folge dauert so so lange. Ja, echt, Leute. Wir sind schon bei so vielen Minuten. Ich finde, das sieht auch richtig geil aus gerade. Das stimmt. Und ich würde sagen, wie wir das meistern, seht ihr in der nächsten Folge, ihr kleinen Zuckerschnuten. Vielleicht schaffen wir es dann auch. Ich finde, das sieht richtig geil aus. Ja, das hat ein bisschen was so James-Bond-Feeling am Anfang. Dieses Intro, weißt du schon? Es war so ein ruhiger Song irgendwie, weißt du schon? Oh ja. Hä? Oh ja. The world is not enough. Egal. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel genauso gut wie uns beiden. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder, wenn es wieder heißt. Ecki und Rap spielen It Takes Two. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.